Was macht InfraWorld Wärmekabinen so einzigartig? Die patentierte und einzigartige Trio-Sol-Technologie. Trio-Sol steht für dreifachen Wellnessgenuss durch drei verschiedene Wärmequellen inklusive integrierter Sohletherme. Eben aller guten Dinge sind drei. Die InfraWorld Flächenheizung sorgt für ein großes Bestrahlungsfeld und erwärmt dabei gleichmäßig die Hautoberfläche von allen Seiten. Von der sanften Entspannungswärme bis zur intensiven Infrarotstrahlung, ganz nach ihrem Geschmack und ihrem Wohlbefinden angepasst. Als zweite Wärmequelle dient der von InfraWorld entwickelte Vital Light Vollspektrumstrahler. Dieser sorgt für eine punktuelle Erwärmung der Hautoberfläche und kann daher ganz gezielt zur Bestrahlung des Rückens eingesetzt werden. Durch die vollelektronische Trio-Kontrollsteuerung kann die Intensität des Strahlers von 40 bis 100 Prozent stufenlos geregelt werden. Einzigartig bei InfraWorld ist die Wärmequelle Nummer 3. Die Luft in der Infrarotkabine wird durch eine Sohletherme mit salzhaltigem Wasserdampf angereichert. Schon seit der Antike ist die heilsame Wirkung des Salzes für die Haut und die Atemwege bekannt. Das Einatmen reiner, salzhaltiger Luft kann reizmildernd, entzündungshemmend sowie vorbeugend bei chronischer Bronchitis, Nebenhöhlenentzündungen und Allergien wirken. Um den Wohlfühleffekt zu verstärken, können zusätzlich Kräuterkissen, echte Kamille, Lavendel, Rosenblüten oder Orangenscheiben aufgelegt werden. So wird diese Wärmekabine zu einem einzigartigen Natur-Wellness-Erlebnis. Eben nach dem Motto, mehr Vitalität im Leben durch InfraWorld Triosol-Kabinen. InfraWorld – Wellness for your home. InfraWorld-Wärmekabinen mit Triosol-Technologie sind im guten Fachhandel erhältlich. Mehr darüber unter www.infraworld.com